so und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge starstable ja ich bin auch ein bisschen erkältet die wissen ich bin doch richtig erkältet ich wundert dass ich komisch anhöre aber heute ja ist es soweit oder wollte ich heute gerne mit euch zusammen während des streams also ich würde während des streams war machen nämlich eine aufgabe mit euch so um jahr weg und so das ist alles freiwillig wir müssen überlegen welchen server wie gehen da wo es ziemlich leer ist weil das problem ist ja viele server also gestern war es schlimm mit dem server man kam ein paar server nicht mehr rein oder ein paar sind es auf Hilfe dazu ein paar konnten wir trotzdem nicht rein weil es überfüllt ist und lange wart schlagen war deswegen ja wir müssen wir überlegen welches aber wie dann gehen wo wir wo ihr alle zusammen mit reiten könnt und mit meiner aufnahme dabei sein könnt oder ihr seht sehen könnt das wichtigste ist dass ja ihr könnt euer pferd nehmen ihr könnt euer weihnachts outfit quasi selber gestalten oder ja ich war sie wie ihr wollt fährt auch ja und muss man immer noch gucken ab wie viel uhr es stattfindet ich denke mal es wird abzeit da ist er viel besser ist für mich und ich hoffe dass ich noch für die durchbild für die sache ich habe nämlich gestern kaum geschlafen ich habe nur zwei drei stunden geschlafen durch bei der kältung und so konnte ich die schlafen deswegen ja ich hoffe ich freut euch drauf es ist halt ein quasi ein kleines dankeschön vor doch dass ihr halt mit dabei sei dass er mich unterstützt und so und solche sachen und deswegen möchte ich so gerne also wie gesagt freiwillig wäre schön wenn wir so viele leute werden die mitmache weil ich wäre auch im wintertop paar aufnahmen machen wo wir vom tandbaum stehen und halt den tandbaum angucken und paar bilder machen und dann will ich auch noch durch jörig mal gucken wo wir machen als mit pferd rumlaufen wo wir halt durch das gebiet galoppieren durch den schnee und einer und einer macht zum beispiel es gibt welche die machen da in trab andere machen in arbeitsgalopp damit es so richtig schön aussehen als würdet ihr so ein riesiges wildpferd sein wo er richtig so euch freut auf den weidachten und so das wird auf jeden fall hoffe ich sehr sehr schön werden ich brauche auf jeden fall sehr viele davon weil nur ein paar sekunden das nützt nichts also ich habe mindestens vielleicht zwei minuten oder so mal gucken weil ich muss auch halt immer das mit weihnachtslied also eine von der pfg sound weihnachtslied muss ich muss ich ja anpassen und das ist halt dann dann blöd wenn das nur ein paar sekunden ist deswegen müssen wir einige aufnahmen aber ich denke da habt ihr auch eine freude dran bitte ich und ihr habt auch ein bisschen was anderes und es muss auch ich ja auch spaß machen und deswegen habe ich mir gedacht hey warum machen wir das nicht beruhigt ihr könnt mir gerne in die kommentare schreiben welches aber wir alle zusammen wechseln wo wir hingehen damit ihr mit dabei sein könnt und auch wechseln könnt oder dass ihr probleme bekommt mit eilog also und ich lebe jetzt weiterhin äh grey apple weil grey apple ist fast 14 ich habe die gestern äh doch gelevelt und übrigens ich hatte ja gestern ja nicht gestrept mehr ich habe ja mit bei c äh bei den leuten von mein club äh was unternommen ein bisschen ja und danach ging es mir auch gar nicht mehr gut da habe ich wieder fieber bekommen und ja morgen äh werde ich wahrscheinlich nochmal krank geschrieben ich kriege Medikamente denke ich mal äh damit ich endlich äh mein Husten wegkriege das wäre nämlich sehr sehr schön wenn ich mein Husten wegbekomme und mein Schnupfen weil äh so höre ich richtig kacke an aber ich hoffe ihr verzeiht mir dass ich es momentan so bin ich gucke dass ich es schwebe und wie viel Uhr aber ja aber das ist was alles und ich hoffe ihr freut euch auf diesen Tag weil äh ihr seid mir auch sehr wichtig und ich möchte auch euch das halt so anbieten damit ihr auch äh davon was habt und so und ja dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag euch noch bleibt gesund werdet ihr krank diejenigen die auch krank sind äh eine gute Besserung und ich hoffe dass ich den nächsten Tag und wieder besser geht und dass ich wieder fütter fütter werde und so aber ich hoffe das wird schon da wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend euch noch dann äh tag noch nicht abend tag noch und bis zum nächsten Video oder bis zum Stream gleich wenn alles klappt tschau Ciao Und嗨 Ciao No Untertitelung. BR 2018 So we keep on dancing to the beat Yeah, we keep on moving our feet Yeah